gute idee und damit sind wir wieder zurück so was haben wir denn heute macht rennen was da los ich denke ich habe ein plan okay so weit fahren wir denn heute ich bin drin wir fahren ein rennen direkt durchs lagerhaus sorgen für wirbel damit uns die medien warte mal einen moment müssen wir doch mal story fahren noch oder was hat das ding schon geholt ja genau schnell zur reise und wir sind legenden der geschichte dieses renn zustande ich bin dabei habe ich gerade die cent glück gehabt da kann man das upgrade verdient da kann man rattenkopf entgegen so verwandert die gemma Ich komme hier. Da liest du schon wieder am Kopf, das kann sein, dass wir den gleich kreuzen. Wir sind E-Level mit Level 23, genau, wusste ich schon, dass er allemiert wird. Okay, der mit seinem Fokus nervt mich gerade so ein bisschen. Gut, tschüss. Oder auch nicht. Gut, tschüss. Gut, tschüss. Gut, 20 Prozent, okay. So, nur Direktkurve und dann haben wir das Ziel. So, die Erfahrungspunkte nehmen wir mit. Wir haben hier unten noch weitere Sprintrennen. Wir haben noch ein paar Kopf, das könnte ja nicht mal so schlecht sein. Wir haben noch eine Leve, die wir. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Da ist noch ein Rennen. Haha! Was ist denn hier? Magst du keine Überraschungen? Nö, eigentlich nicht. Eigentlich wollte ich über das Rennen fahren, aber jetzt habe ich wieder Kopf an der Backe. Na gut, dann spielen wir ein bisschen mit den Kopf. Aber das passiert mir nicht nochmal. Dann schnappen wir euch. Dieser Trottel weiß einfach nicht, wann es Zeit ist. Klar weg. Ich brauche einen Sprung oder so. Ich habe noch die Hälfte. Scheiße. Du bist das Auto gerade auch nicht so geeignet für diese... Da vorne. Ja, es brennt sich mit Stufe 3 Fass. Ich brauche dringend mal einen Sprung. Da ist einer. Gut, dass es nur noch zwei sind. Gut. Hey, was geht ab? Der Polizeifuck ist die Hölle los. Ja, schon geil, ne? Wer hat die Kopf so mächtig verärgert? Ich weiß ja nicht, wer das ist. So, steht das Spielchen mit? Nein, tut sie nicht. Jetzt ist einer von denen nur. Der eine ist weg. Ah, ich sehe den Wagen. Siegfahrzeug ist nicht mehr in Sicht. Ich bin komm. Jawoll. So, jetzt muss ich eine Garage finden. Scheiße. Da unten. Wollen wir da jetzt soweit fahren? Nein. Ja, ich habe mal. Dann muss ich das nicht. Dann gehe ich jetzt das Auto wegbringen. Dann müsste ich eigentlich schon fast den nächsten Level haben. Ja. Verdammt, ihr habt den Wagen entwischen lassen. Wundert euch nicht, wenn ihr das morgen früh in eurem Social-Media-Fieden seht. Verstanden, Zentrale. Verstecken Sie von hier. Danke. 1974 Nacht und auf den transpose Sauter & Giedert wirken. Danke. Was sind hier Andy? Wollmarket тер Saat astrologgerät. 30, 30, 35. 30, 30, 38 zur Angebot, So, gesichert. So, mal die ganze Oldschool-Karren hier. Vor allem mit 13 neue Autos. Das sehen wir dann später mal.